Hallo und einen wunderschönen guten Tag, ihr großartigen Menschen, denn ihr seid großartig. Davon gehe ich aus. Wir machen heute nur ein ganz, ganz kurzes Video, weil wir gerne eine Sache starten möchten. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also vielleicht mal kurz nochmal zum Anfang. Mallorca ist in der Krise, wie die ganze Welt in der bösen Corona-Krise ist. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, was wir denn tun können, wie und wo wir irgendwie mithelfen können. Es gibt ja ganz viele tolle Organisationen schon, die Geld sammeln zum Beispiel, um Essen für bedürftige Menschen irgendwie dann zu kochen und so weiter. Also Möglichkeiten gibt es sehr viele und wir wollten einhaken und haben uns überlegt, warum können wir nicht vielleicht gemeinsam einsam sein? Es gibt so viele Menschen hier auf Mallorca, die niemanden haben und die ziemlich einsam sind gerade. Und da würden wir gerne helfen. Jetzt geht es eben darum, füreinander da zu sein und vielleicht kennt ihr ja jemanden. Oder vielleicht seid ihr sogar selber betroffen und habt gerade niemanden in eurer Nähe und hättet gerne jemanden da. Dann kommen wir einfach vorbei, Martin und ich. Stehen gerne vor der Tür, bringen Kaffee mit oder auch eine Cola und schnacken mit euch. Oder spielen eine Runde Karten oder Kniffel oder... Mensch ärgere dich nicht. Oder wir reden einfach mal wieder. Einfach mal wieder mit jemandem sprechen und füreinander da sein. Das ist unsere kleine Aktion, gemeinsam einsam, die wir jetzt hier mit ins Leben rufen möchten. Genau. Das ist ganz wichtig für euch zu verstehen. Da ist Videodrehen keine Bedingung. Ja, wir kommen natürlich ohne Kamera, wenn ihr das nicht möchtet. Wir kommen natürlich auch gerne mit. Ja, einfach weil wir gerne Geschichten erzählen und auch gerne eure Geschichte erzählen wollen. Aber das ist absolut keine Bedingung. Also wir kommen einfach nur vorbei. Mirja backt einen Käsekuchen. Der ist übrigens großartig. Und dann kommen wir zu euch. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E-Mail. E-Mail. Wir sind überall. Das wisst ihr ja mittlerweile. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das kleine kurze Video auf dem sozialen Netzwerk teilt, damit möglichst viele Leute eben davon mitbekommen. Und dann sind wir einfach gemeinsam einsam, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne. Ja, danke schon mal. Und ja. Bis dann.